Am Anfang schuf Gott die Welt. Milliarden Jahre waren vergangen, seit unsere Sonne und die Erde entstanden. Millionen Jahre seit Leben sich regte auf der Erde und der Mensch ins Dasein trat. Viele Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. Zweitausend Jahre seit der Berufung Abrahams. Eintausendfünfhundert Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte. Eintausenddreißig Jahre seit der Salbung des David zum König. In der fünfundsechzigsten Woche nach Daniels Weissagung. In der hundertvierundneunzigsten Olympiade. Siebenhundertzweihundfünfzig Jahre nach der Gründung Roms. Im zweiundvierzigsten Jahr der Regierung des Kaisers Octavianus Augustus. Da Friede herrschte in der ganzen Welt. Da sandte Gott, der ewige Vater, seinen Sohn in die Welt. Um sie durch seine rettende Ankunft zu heiligen. Er war empfangen durch den Heiligen Geist. Und nach neun Monaten wurde er zu Bethlehem im Lande Judah. Aus Maria der Jungfrau geboren. Heute feiern wir seine Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben. Christus ist uns geboren. Kommt, wir bieten ihn an. Er will. Geil wenn ihn. Erinnere. Wie ist das Cop Nejfrau? So, wieder gehen?